Vamangusthasana ist die linke Zehenspitzenstellung, die Sitzhaltung auf den linken Zehenspitzen. Ausgangsposition ist die Hockhaltung. Von hier setze dich auf die linke Fase und dann gibt das rechte Bein über das linke. Zum Beispiel, indem du das rechte Fußgelenk auf den linken Oberschenkel der Knie gibst. Du könntest auch die Oberschenkel kreuzen oder den Fuß zum halben Lotus geben. Dann gib die Arme so langsam zur Seite und so bist du in Vamangusthasana in die linke Zehenspitzenstellung.